Hallo, ihr Bücherwürmer und Leseratten, ihr enthusiastischen Liebhaber guter Literatur. Da bin ich wieder und ich habe euch heute meinen ersten Juli-Abschnitt mitgebracht. Die ersten Bücher, die ich in den zwei Wochen gelesen habe, um am Ende des Juli nicht einen zu großen Berg an Büchern zu haben, da ich Ferien habe und dementsprechend auch Literatur suchte. Gut, was gibt es vorneweg zu sagen? Ich werde euch unten in der Infobox die Zeitmarken wieder anfügen, sodass ihr hin und her hüpfen könnt, falls ihr das Kontinuum nicht ertragen wollt. Dann werde ich keine Spoiler benutzen, außer bei den Sachbüchern, die ich natürlich zur Gänze behandle und auch das Ende vorwegnehme. Dann noch etwas, was möchte ich noch sagen? Ah ja, ich möchte noch auf mein sportlicheres Outfit hinweisen. Üblicherweise bin ich nicht so angezogen, aber ich möchte meine Gedanken, meinen Geist fokussieren. Ich will, dass sich mein Geist ein Vorbild nimmt an meiner sportlichen Montur und präzise argumentiert, klare Wörter verwendet, ohne abzuweichen, ohne Abschweifungen, on point. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Los geht's! Unser erstes Buch, Juli C., Nullzeit. Vielleicht wisst ihr es, ich hatte das mal erwähnt, dass ich Juli C. jetzt ganzheitlicher belesen möchte. Ich bin auf einem guten Weg. Dieser Roman von 2012 behandelt zunächst mal Sven und Antje. Sven und Antje sind nach Lanzarote ausgewandert, um dort eine Tauchschule zu eröffnen. Das liegt daran, dass gerade Sven in Deutschland nach seiner Jura-Prüfung so schlechte Erfahrungen mit einem Professor gemacht hat und so eine willkürliche Behandlung erfahren hat, dass er gesagt hat, ich kehre dem den Rücken, ich gehe nach Lanzarote und bin dort mein eigener Herr, ohne die ganzen Komplikationen der Moderne, ohne diese komischen Auswüchse der Leistungsgesellschaft. Ich mache dort mein Ding. Funktioniert aber nicht ganz, weil bald Jola und Theo kommen. Jola ist eine Schauspielerin, die ist an der Grenze vom nicht mehr ganz Jungsein und sie sieht ihre letzte Chance darin jetzt ernsthafte Rollen zu ergattern. Deswegen ist sie auch dort. An ihrer Seite ist Theo, ihr langjähriger Freund, ein Schrittsteller, der vor Jahren mal einen Erfolg hatte, seitdem aber mehr oder weniger erfolglos dahinvegetiert, der offenbar seine eigene Frustration darüber jetzt auch nur noch dadurch kanalisieren kann, dass er seine Freundin Jola schikaniert, ihr auch wirklich beleidigende Sachen an den Kopf schmeißt, der sie immer wieder mit ihrer ja so GZSZ-mäßigen Karriere konfrontiert und der sie dann im weiteren Verlauf tatsächlich auch noch handgreiflich maltretiert. Das bekommt Sven dann auch mit und dann ist es mit seiner Ruhe auch vorbei, denn er muss sich natürlich entscheiden, wie er mit den beiden umgeht. Jola also will eine Rolle ergattern als Taucherin in einem Film. Sie möchte gerne eine junge Taucherin spielen. Wir erfahren zwei Versionen der Geschichte, denn eigentlich ist es aus Svens Perspektive geschildert, also wie diese Gruppe von vier Leuten, beziehungsweise drei, Antje ist nämlich nicht beim Tauchen dabei, wie diese Gruppe aus drei Leuten ihre Tauchkurse unternimmt, die verschiedenen Tauchgänge, die zunächst noch relativ problemlos im flachen Wasser stattfinden, aber sich eben sukzessive in tieferes Wasser erstrecken und damit auch auf einer anderen Ebene gefährlicher werden. tiefer gehen, bedrohlicher werden. In diese Geschichte von Sven mogeln sich aber immer mal wieder so kleine Tagebuchaufzeichnungen von Jola. Das Interessante ist, dass sich die zwei Versionen grundsätzlich voneinander unterscheiden und der Leser sich entscheiden muss, welche Perspektive er annimmt. Teilweise werden auch ganz andere Begebenheiten wiedergegeben, sodass der Leser schon sehr auf der Fährte ist und quasi so ein Thriller-Element und auch ein kleines kriminologisches Element drinnen steckt, dass man nämlich einfach überlegen muss, was dann wahrscheinlicher wäre. Gut, so viel dazu. Am Ende gibt es, was ich auf jeden Fall noch erwähnen muss, eine großartige Szene unter Wasser. Sven hat nämlich das Anliegen, dass er ein noch unerforschtes Wrack betaucht und dabei helfen ihm dann am Ende die beiden. Und dort kommt es zu einer Szene, die von Juli C., finde ich, herrlich großartig geschildert wird. Eine Szene, in der sich die Suspenselemente dieses Thrillers mit so einer ganz zärtlichen körperlichen Hingabe verbinden und eine surreale Szene schaffen, die aber aufgrund der natürlichen Begebenheiten, aufgrund der naturwissenschaftlichen Begebenheiten tatsächlich so ergeben muss. Da ist nichts gekünstelt, es ist nichts Fantasievolles hineingesteckt, sondern eine superrealistische Schilderung einer Szene, die in ihrer Komplexität und in der Verbundenheit zweier Elemente aber so eine ganz wie unwirkliche Stimmung erzeugt, sodass ich mir danach gedacht habe, ich fahre zu Juli C. nach Hause, wo auch immer sie wohnt, und küsse ihr dafür den großen Zeh, weil ich es wirklich genossen habe, das zu lesen. Ist von mir auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Ist ein spannender Roman, ein klar erzählter, gut lesbarer Roman, der aber trotzdem auch nachwirkt. Man kann sich darüber noch nach der Lektüre Gedanken machen und er verliert sich nicht sofort zum Dunkeln der Lektüre-Vergangenheit. Dann ging es weiter mit Unterleuten, ein Roman, der aufgrund seiner Komplexität und aufgrund der Vielfalt der Charaktere gar nicht einfach wiederzugeben ist. Ich versuche mich da jetzt wirklich zu beschränken. Es geht um den fiktiven Ort Unterleuten, der in Brandenburg liegt. Wir sind im Jahr 2010. Diese Gemeinschaft besteht aus etwa sieben bis acht Haushalten, die wir näher erfahren. Es gibt natürlich noch ein paar Personen mehr, die für uns als Leser nicht so relevant sind. Der Roman wird abwechselnd aus jeweils der Sicht einer Figur oder aus der Sicht eines Haushalts geschrieben. Der Leser muss sich überlegen, wen er sympathischer findet und welche Motive, welche Interessen er für sich selber auch stärker gewichtet. Denn ansonsten ist der Roman in seiner Erzählhaltung wunderbar neutral, was die Personen angeht. Das bewegende Moment, was von außen reingesetzt wird in diese Welt, ist ein Windpark, der dort errichtet werden soll. Jetzt bringt der Windpark zum einen natürlich Geld und es würde mal die marode Dorfkasse saniert werden. Auf der anderen Seite würde es die Aussicht verschandeln. Es würde auch so eine Population an Vögeln dort eventuell stören. Dafür setzt sich besonders ein Protagonist ein, dass es deshalb verhindert wird. Und es wäre halt so ein genereller Einbruch der Moderne in eine sehr rückschrittliche und sehr auf Tradition und ewige Unveränderbarkeit bedachte Gemeinschaft. Das ist also das Konfliktpotenzial, das zu Beginn eröffnet wird. Jetzt gibt es aber einzelne oder es gibt Figuren zum Beispiel wie Vlies. Vlies ist ein Naturschützer, der eben diese Population an Vögeln beobachtet und der deshalb sich dafür stark macht, dass der Windpark außen vor bleibt. Dabei verwendet er auch nicht immer ganz redliche Mittel und ist auch in seiner ganzen Betrachtungsweise nicht immer fair. Denn er selber ist so ein zivilisationskritischer und so sehr technikfeindlicher Mensch, der eben die Moderne immer nur als Smartphone-Süchtigkeit betrachtet, der die Menschen als maschinengesteuert ansieht, der also so eine sehr pessimistische und deshalb eigentlich schon wieder weltabgewandte Sicht vertritt. Und der kommt jetzt in das Dorf und vertritt dann eben die Interessen der Vögel, was an sich schon eine relativ lustige Situation ist. Dann gibt es zwei Streithähne, die sich seit DDR-Zeiten, seit Jahrzehnten bekriegen. Das sind Gombrovsky und Kohn. Nee, Krohn, genau. Gombrovsky und Krohn. Im Laufe des Romans wird es ein Interesse der beiden sein, jeweils die anderen Mitglieder in der Dorfgemeinschaft auf die Seite zu ziehen, sie davon zu überzeugen, dass sie sich doch für oder gegen den Windpark entscheiden sollen. Wobei aber auch hier der Windpark als solches eigentlich gar nicht so wichtig ist. Es geht nur darum, dass er Dynamik in eine Situation bringt, die seit Jahrzehnten besteht. Also er katalysiert etwas. Dieser Windpark ist nur ein Katalysator, um diese ganze Dorfgemeinschaft mal ordentlich durcheinander zu schütteln. Wir haben Zugezogene in dem Roman, wir haben Alteingesessene, wir haben die Themen wie so eine Naturfeindlichkeit, wir haben die Themen wie eine Naturhingebung oder Hinwendung, die aber auch eigentlich nur aus so einer romantisch verklärten Richtung geschieht. Da gibt es jetzt niemanden, der die Natur wirklich an sich interessant findet, sondern das Dorf ist eine Projektionsfläche für eben eine Zivilisationskritik, für Fluchtgedanken, für eskapistische Motive, so raus aus der großen hektischen Großstadt wie Berlin, die ums Eck ist, in die Natur, die dann aber eigentlich auch nur als stinkende Güllehölle bezeichnet wird, von einigen oder so dargestellt wird. Man hat hier nämlich keine Kanalisation auf dem Dorf, es gibt nur Sickergruben, die hin und wieder abgepumpt werden, was eben dazu benutzt wird, auch mal den Nachbarn vielleicht durch so ein schräg gestelltes Auto so weit zu behindern, dass nämlich der große Wagen, der die Gülle dann abtransportiert, nicht mehr dahin kommt, sodass auch mal die Gülle, die Scheiße dort einfach eine Woche steht und dann durch einen Rückstau auch wieder ins Haus gelangt. Also so fürchterliche Dinge geschehen hier auch. Dann ist die Natur auch so ein Motiv der Verklärung. So entweder wird es zu hoch eingesetzt, die Natur als das Allheilmittel gegen die Hektik der Großstadt, für den Gombrovski oder für Krohn hat das aber eine ganz andere, eher eine Art und Arbeit, die da drin steckt. So ein Feld zu bearbeiten ist ja nicht einfach. Dann ist die Natur durch ihre permanenten Dürreperioden und dann wieder im Gegensatz durch die Regenperioden auch immer ein Unsicherheitsfaktor, gegen den man sich stellen muss. Da wird die Natur und das Dorf also ganz klar als etwas zu Bearbeitendes betrachtet, als nichts Positives, sondern eher etwas, gegen das man sich stellen muss. Also die Natur ist hier als Thema, finde ich, sehr schön in die Literatur gebracht und das ist gerade im Jahr 2019 jetzt oder 2016 wurde ja veröffentlicht, was man nicht oft liest. Die meisten, ich denke mal, ihr wohnt auch alle eher in Großstädten. Ich lebe in einer Großstadt, das ist so unser Kosmos. Und da jetzt mal aber eine Dorfgeschichte zu lesen, in der sich dann aber schon sehr viele Themen auch der unserer Großstadtgesellschaft widerspiegeln, eben ex negativo widerspiegeln, fand ich super gelöst von Juli C. hat mir gut gefallen. Toll geschildert von Juli C. auch, wie sich die Rangfolge innerhalb der Dorfgemeinschaft nicht nach solchen Dingen wie Bildung oder Einkommen ergibt, sondern eher in dem schieren Umfang des zu Fressenden und in dem schieren Umfang des zu Saufenden und des zu Rauchenden. Also wer richtig viel frisst und säuft, der steht oben, weil er es sich eben leisten kann und weil sein Körper noch nicht schlapp gemacht hat. Das sind teilweise widerliche oder schwer zu lesende Szenen, weil sie sowas körperlich fast schon Ruinierendes haben. Diese Leute sind ja nicht mehr gesund. Es wird doch permanent von wabbelndem Fett geredet. Also Sport ist hier was, was wirklich, das sollen doch die in Berlin machen. Der Leser muss sich also auch selber überlegen, welche Person er denn interessanter findet und an wen er sich mehr heften will, wen er unterstützt. Aber im Verlauf des Romans werden sich so viele Wendungen ergeben und der Leser wird eine Figur aus einer anderen Perspektive sehen, sodass es auch ein Verlauf ist, der nicht abgeschlossen ist. Auch sprachlich finde ich es interessant. Die Figuren unterscheiden sich doch sehr in ihrer Beschreibung von Unterleuten. Sie unterscheiden sich auch im Hinblick auf ihren Sarkasmus oder im Hinblick auf die Ernsthaftigkeit dessen, was sie so sagen. Häufig macht sich Julizee, denke ich, aber auch so ein bisschen lustig über ihre Figuren. Also auch eine Ironie, eine Erzählerironie steckt da durchaus drinnen. Am Ende des Romans, und ich werde hier nicht darauf eingehen, wie er gelöst wird oder ob es einen Gewinner gibt, aber am Ende des Romans äußert sich eine Figur, eben der alte Kron, in einem sehr schönen Satz. Nachdem wir jetzt also über 600, fast 630 Seiten erfahren haben, wie sich diese Unterleutner eigentlich gegenseitig an die Gurgel gehen, um ihre Interessen durchzusetzen, da äußert Kron den schönen Satz. Der moderne Mensch zeichne sich eigentlich nur dadurch aus. Er ist ein Sisyphus, der verstanden hatte, dass die Lösung des Problems darin bestand, den Berg zu kaufen. Das finde ich einfach herrlich, dass die Lösung unserer gar nicht lösbaren Probleme darin besteht, dass wir wenigstens, dass wir ihn aneignen, dass wir ihn privatwirtschaftlich erwerben und dann zumindest so tun können, als wären die Probleme etwas, worüber wir, wenn wir sie schon nicht kontrollieren können, wenn wir sie schon nicht lösen können, dann besitzen wir sie zumindest in einem materialistischen Sinn. Fand ich sehr schön. Mir hat dieser Roman gut gefallen. Es ist für mich eine klare Leserempfehlung. Holt euch diesen Roman. Toll. Tolle Sache. Tolle Literatur. Dann das nächste Buch. Die amerikanische Krankheit von Georg Milzner. Darin analysiert Georg Milzner die Amokläufe in den USA und in Deutschland. Vor allem in diesen zwei Ländern. Ja, und analysieren jetzt nicht im Hinblick darauf, dass er jeden Einzelnen genau beschreibt und die Täter beschreibt, sondern dass er versucht, es zu verallgemeinern. Kann man denn herausfinden, woran es liegt? Das ist seine erste Frage. Und da merkt er schnell, nicht so richtig. Also weder jetzt eine Depression führt immer dazu, selbstverständlich, noch sowas wie Narzissmus, noch andere Borderline-Erkrankungen vielleicht. Die können mal vorkommen, die sind aber jetzt nicht bei allen Tätern vorhanden. Also das heißt, da ist er schon mal so, er schmettert das ab und sagt, man kann es schon mal nicht psychiatrisch begründen. Er ist generell auch gar nicht so daran interessiert, das Ganze auf die Psyche des einzelnen Täters zu beziehen und das herauszufinden. Er findet zum Beispiel auch das Thema Mobbing nicht interessant, was ich, ja, gelinde gesagt, Hannebüchen finde, dass man das Thema Mobbing hier als irrelevant herausstellt. Er sagt aber, das geht dann, wenn wir uns darauf konzentrieren, dann geht das in so eine Richtung von Täterschutz. Und das will er nicht. Er will nicht, dass die Täter dann dadurch erklärt werden, dass sie ja in ihrer Schulzeit gemobbt wurden und dass sie deshalb vielleicht eine Art Wut auf ihre Kollegen, auf ihre Klassenkameraden bekommen haben. Dann schaut er sich an, wie denn eigentlich die Kultur in den zwei Ländern, Deutschland und USA, ist und war und kommt darauf, ganz interessant, dass in Amerika so ein Typ Western-Ranger und, ja, Western-Held dominiert, schon seit den 70ern, 60ern, und dass der Typ dann in George W. Bush in der Präsidentschaft wieder aufgelebt ist. Und dass Bush diesen Western-Typen, der die Welt, die Achse des Bösen bekämpft, und dass sich offenbar ein paar Attentäter, die jugendlichen Attentäter, in Bush so eine Art Vorbild genommen haben. Sie haben halt gesehen, das funktioniert ja auch bei den Erwachsenen, und dann gibt es auch den einen, der gegen die ungerechte Bevölkerung kämpft, da machen wir das auch so. Außerdem analysiert er immer da, wenn das und dann, finde ich, immer die guten Szenen, er analysiert so ein paar Filme von Tarantino und betrachtet auch eine historische Figur namens Gilles de Rey, die ich nicht kannte, ein Massenmörder, der unter Johanna von Orléans, oder, ja, er hat mit ihr zusammen gekämpft. An diesen Stellen, wenn er sich so auf eher kulturelle, popkulturelle und geschichtliche Motive bezieht, da ist das Buch immer, finde ich, total toll, und da habe ich es gerne gelesen. Immer da, wenn es dann analytisch wird, und wenn er versucht, dieses Problem, ja, mit den Mitteln halt der Sozialwissenschaft zu erklären, da fand ich es teilweise so Hannebüchen, ich fand das an den Haaren herbeigezogen, was er da sagt. Er kommt dann auch auf den Punkt, an dem ich dann das Buch eigentlich in die Ecke pfeffern wollte, dass er erstens sagt, ja, wahrscheinlich sind das Jugendliche, diese Jungs, die da immer hier amoklaufen, die sind wahrscheinlich sexuell einfach frustriert und aus irgendeinem Grund sind die wahrscheinlich auch homosexuell, ohne dass er da irgendeine Begründung gibt. Und ich dachte mir auch, ich werde jetzt eine Szene aus Silver Linings wiederholen und das Buch aus meinem Fenster schmeißen, aber ich bin dann doch immer so neugierig, wie es denn ausgeht. Dann analysiert er noch die Gewalt und er sagt, es gibt offenbar in der Gesellschaft generell, nicht nur bei Attentätern oder eben bei Amokläufern, es gibt verschiedene Arten von Gewalt. Es gibt so eine archaische Gewalt, eine materielle Gewalt, eine instrumentelle Gewalt. Ich will euch jetzt auch nicht erklären, was das alles bedeutet. Wenn euch das wirklich interessiert, dann kauft dieses Buch. Ich würde es aber wirklich lassen. Ja, ich halte es für unlauter teilweise schon, weil er sich einfach Prämissen aufstellt, wie zum Beispiel der Attentäter ist wahrscheinlich ein homosexueller Junge, der einfach auf Gewalt steht, der nicht gemobbt wurde, sondern der einfach Waffengut findet. Und diese Prämisse, die er in keiner Weise begründet, nutzt er dann im nächsten Kapitel, um darauf aufgehend eine neue Prämisse aufzubauen. Und das ist einfach so wackelig und auch, finde ich, an der Realität so weit vorbei. Denn ich arbeite in der Schule und ich unterrichte auch Ethik und ich weiß, dass gerade das Thema Mobbing für alle Klassen relevant ist. Und das wird aus guten Gründen unterrichtet. Also schon in der fünften Klasse beginnen wir damit, mit den Schülern über Mobbing im Internet zu sprechen und über Mobbing im Sportunterricht. Und dann später eben sexuelles Mobbing über Körperkulturen, über Dinge wie das Verhältnis von eigenem Körper zum Starwesen oder über sowas wie eine Gruppenhierarchie und ob es nicht auch einfach verschiedene Ansichten über ein Leben gibt. Und Mobbing ist für Kinder und Jugendliche, denke ich, ein riesiges Thema. Er sagt halt, das Thema Mobbing wurde erst aufgebauscht, als es dann plötzlich zu Amokläufen kam. Sei also nur so ein Nebenprodukt, so ein hilfloser Versuch, das Ganze zu retten. Sein Versuch sieht so aus, dass er sagt, ja, wir müssten eher in die Schulen gehen und über die Gewalt und über die Wut der Kinder reden. Also jedes Kind solle sich doch entscheiden, ob es, und dann nennt er dann drei Vulkane, ein Ätna, ein Stromboli oder ein Vesuv sei. Ein Vesuv ist halt ein Vulkan, Entschuldigung, dass ich euch den Mittelfinger zeige, ist ein Vulkan, der selten, aber dann sehr, sehr stark explodiert und eben zu einem Amoklauf führt, so quasi, um in der Metapher zu bleiben oder um die zu übertragen. Und die Kinder sollen sich dann selber einschätzen. Aber was macht denn zum Beispiel ein kleines Mädchen oder ein kleiner Junge, der einfach ganz, ganz selten wütend ist, aber hin und wieder, wenn der Bruder dann das Auto kaputt macht, dann richtig, der würde sich doch als Vesuv sehen, aber hätte doch einfach nur eine ganz verständliche und auch gesunde Reaktion gezeigt. Also das an den Punkten fand ich es dann wirklich auch sträflich und einfach schon hart an der Grenze. Milzner würde gerne die Kurse leiten, um dann mit den Kindern über ihr Gewaltpotenzial zu sprechen und der würde auch gerne alle Lehrer drauf verpflichten. Und da würde ich mich fragen, ob es überhaupt für einen Forscher dann noch, ob man dann noch von Lauterbarkeit oder von der Wissenschaftlichkeit sprechen kann, wenn der Autor selber die Probleme eben dann durch Kurse lösen möchte, die er selber hier erst postuliert. Ja, von mir ganz klar kauft das nicht. Ein anderes Sachbuch, das ich in diesem Monat gelesen habe, ist von Florian Illys, was ich unbedingt noch erzählen wollte, 1913. Das ist der zweite Teil, das ist der erste, 1913. Florian Illys beschreibt hier in sehr kurzen Textzeilen im glossenartigen Stil das Leben von verschiedenen Künstlern und Intellektuellen in diesem Jahr. Das Problem an der ganzen Sache, um das gleich zu sagen, ist eben, dass er sich jetzt nicht gedacht hat, dass er ein neues Jahr nimmt, sondern er bleibt wie im ersten Teil bei 1913 und bleibt auch im Großen bei dem gleichen Personal. Von dem her haben wir hier ganz häufig Wiederholungen, nicht nur Wiederholungen im Hinblick auf die Personen, die sind schon interessant, weil zum Beispiel solche Künstler wie Kirchner, wie Franz Mark, wie Kandinsky, wie Gabriele Münter spannend sind. Ich würde mal sagen, das ist für die bildenden Künste die größte Zeit in Deutschland. Also vielleicht habt ihr da eine andere Meinung, aber da passierte so viel. Und auch die Wiener Maler um Schiele, um Klimt, das ist schon eine tolle Zeit, aber es wurde halt im ersten Teil alles schon gesagt oder relativ viel gesagt, sodass er hier dann eher noch auf ein paar unwichtigere Künstler kommt oder er bringt tatsächlich noch mal die gleichen Geschichten wie im ersten Teil, versucht die noch mal ein bisschen umzuformulieren oder schaut in den entsprechenden Tagebüchern, die ja manche Künstler in der Zeit geführt haben, vielleicht zwei Seiten weiter und nimmt sich da mal ein kleines Detail raus, das aber eigentlich nicht so entscheidend ist. Es gibt schon ein paar Highlights. Für mich war ein Highlight Hermann Hesse, der zu seinem Zahnarzt flieht und einfach hofft, dass er ganz doll bei dem Zahnarzt sitzen bleibt und eigentlich dann fürchterliche Schmerzen erleiden muss, damit er aber nicht zu Hause bei seiner Familie hockt. Das war für mich ein Highlight. Was ich dann aber auch wirklich nervig fand, war der ewige Verweis darauf, dass Rilke irgendwo wieder in seinem Ostseebad sitzt und krank ist. Das hat mich dann schon aufgeregt, weil es sich so auch schon durch den ersten Teil zog. Jetzt hier wird einfach weitergemacht. Kauft euch da aber eher den ersten Teil. Ich hätte mir hier gewünscht, dass Illis mal die Zeit dann nach dem Ersten Weltkrieg beleuchtet und dann sagt, wie sieht es denn eigentlich jetzt fünf Jahre später aus? Was ist 1919 los zum Beispiel? Oder 1918? Mir egal. Und ja, was machen die Künstler jetzt? Aber wer weiß, vielleicht kommt das ja noch. Dann habe ich noch einen Roman gelesen, nämlich Ehrensachen von Louis Bagley von 2007. Louis Bagley war mir deshalb ein Begriff, weil ich als Jugendlicher schon Lügen in Zeiten des Krieges gelesen hatte. Darin geht es ja um den Überlebenskampf einer polnischen jüdischen Familie in der Zeit der Nazis. Das hatte mir damals total gut gefallen. Es hatte wirklich nachhaltenden Einfluss auf mich. Es hat noch jahrelang in meinem Geist herumgespukt. Und deshalb war ich auch sehr, sehr neugierig, als ich ihn dann zufällig im Internet mal entdeckt hatte, bei 2001 tatsächlich wieder, habe ich mir das Buch günstig geholt. Und ich muss sagen, ein gutes Buch. Ich erzähle euch kurz, worum es geht. Wir lernen hier drei junge Männer kennen, die in Harvard studieren und dort zusammen in einem Wohnheim leben und so eben zusammenfinden. Da ist zum einen Henry. Henry ist ein Jude aus Polen, der den Zweiten Weltkrieg eben versteckt in einem Hinterzimmer in Krakau erlebt hat und entsprechend einfach eine grauenhafte Zeit dort hatte. Nach dem Krieg ist er nach Harvard gekommen, hat relativ schnell die Sprache gelernt und ist mehr oder weniger assimiliert, hat aber schon auch mit diesen entsprechenden Problemen zu kämpfen. Denn obwohl Amerika jetzt nicht als antisemitisch geschildert wird, gibt es doch gewisse Beschränkungen, was Juden angeht. Dann gibt es noch Sam, den Ich-Erzähler. Sam stammt aus einer alteingesessenen Familie, die in Nordostamerika, also in Neuengland, irgendwie so ihre Fähden spinnt, der sehr einflussreich ist. Seine Eltern sind allerdings Alkoholiker. Er muss sich also mit denen noch auseinandersetzen und muss schauen, dass die ihm nicht zu schnell den Löffel abgeben. Er ist immer darauf bedacht, dass diese Situation auch nicht eskaliert. Dann gibt es in seiner Familie noch ein paar andere Gestalten, die er langsam kennenlernt, die er auch schätzen lernt. Neben Sam und Henry gibt es da noch Archie. Archie ist für uns eigentlich nicht besonders relevant. Er hat eher einen kurzen Auftritt, ist aber so der sportliche Reiche, der einfach das Trio kompletiert. Im weiteren Verlauf haben wir hier es dann mit einem Roman zu tun, der uns durch die nächsten Jahrzehnte tatsächlich bringt, der uns schildert wie Henry und vor allem dann Sam auch ihr Harvard-Studium absolvieren, dann erfolgreich arbeiten. Sam wird später ein Schriftsteller werden. Er reist gemeinsam wie Henry, auch nicht immer mit Henry, aber parallel zu ihm reist er auf europäischem Kontinent hin und her, hat dort seine Arbeitsstätten in London, in Paris, ist dann aber auch hin und wieder in New York. Ja, mir hat die Geschichte total gut gefallen, weil ich gerade die Männerfreundschaft sehr genossen habe. Ich mag solche Geschichten von authentischen, aufrechten Freundschaftsgeschichten, die nicht dramatisiert wird. Also jetzt sowas wie Jana Gihara fand ich, ihr wisst wahrscheinlich, welchen Roman ich meine, hier ein wenig Leben, das fand ich so dramatisierend. Das hat mir nicht mehr gefallen, weil ich fand, dass die Freundschaft da auch nur benutzt wird als Katalysator, um diese ewigen Leiden zu schildern, dann eigentlich von Jude. Gut, das ist hier anders. Ich mag deren Beziehung, deren aufrechte Freundschaft, die sich nicht von gewissen kleinen, kurzfristigen Problemen zerschmettern lässt. Auch, dass Henry zu Beginn des Romans ein Theaterstück namens König Ubu aufführt, hat mir gefallen, weil ich das vor kurzem hier in Leipzig gesehen habe, am Schauspielhaus. Also auch da hatte ich so meine Momente der ganz speziellen und persönlichen Freude und finde auch, dass Bagley einfach ein toller Erzähler ist. Was mich dann aber so nach zwei Dritteln des Romans etwa gestört hatte, war, dass es einfach tatsächlich keine Probleme gab. Es gab überhaupt nichts, was mal ein Knüppel gewesen wäre, der sich zwischen die Beine der Protagonisten geklemmt hätte, um mal zu sehen, wie sie eigentlich denn strauchelnd reagieren. Das wäre für den Leser, finde ich, so nach zwei Dritteln schon mal wieder interessant gewesen. Denn eigentlich läuft das bei denen dann wie auf Schienen. Sodass ich am Ende sagen muss, ein guter Roman, der aber für mich zu glatt lief und mich in Ermangelung von tiefgreifenden Problemen auch ein Stück weit am Ende gelangweilt hat. Aber trotzdem tatsächlich, auch wenn das jetzt vielleicht paradox klingt, für mich eine klare Leseempfehlung. Dann habe ich noch Das hündische Herz gelesen von Michael Bulgakov. Ja, wie auch schon bei Meister und Margarita hat mich an diesem Buch die Sprache fasziniert. Ich mag es einfach, wie Bulgakov es schafft, den Rhythmus in die Sprache zu bringen, Alliterationen und Anklänge zu verwenden und dabei ein so dichtes Gewebe an auch phonetischem Klangmaterial zu schaffen, dass man als Leser da wirklich mal zur Überlegung gerät, ob man es nicht komplett laut vorlesen sollte. Ich erinnere mich, ich habe meinen Tag gemacht, diesen Reading Habits Tag und eigentlich lese ich nicht laut, aber bei dem Buch bietet es sich einfach an. Ich versuche mal, ob ich hier schnell mal eine Stelle finde. Nur ein kleiner Satz, der aber einfach im Metrum gehalten ist, der eine Alliteration hat, der schön klingt, ist hier. Er könnte auf Meetings Moneten verdienen, träumte der Rüde matt vor sich hin. So, und das ist nicht eine Stelle, die ich jetzt mal rausgesucht habe, unter ganz vielen anderen Hässlichen, sondern war nur eine ganz knappe, die ich jetzt vorlesen kann. Es ist ein sprachliches Juwel, ganz, ganz toll durcharbeitet und auch hier wieder ein großes, ja, eigentlich schon Dank an Nitzberg, denn ich finde, dass er, Bulgakov einfach dem deutschen Lesepublikum nicht nur inhaltlich, sondern auch von seiner Klangstruktur her nahe bringt. Es geht um, ich will nicht zu viel verraten, was bei so einem dünnen Büchlein nicht einfach ist, es geht um Dr. Preo Braschensky, der mit seinem Kollegen, der Kollege, wie heißt sein Kollege? Er hat einen deutschen Namen, Bromfeld. Genau, der mit seinem Kollegen Bromfeld eine Praxis leitet und darin Leute auf relativ skurrile Verjüngungstouren schickt oder sie eben einleitet. Es ist also auch hier, ihr ahnt es schon, eine Groteske. Es ist nicht alles realistisch abgehandelt, aber in diesen grotesken Elementen sieht der geneigte Leser eben nicht nur Klamauk, sondern sieht auch immer ein Zerrbild der Gesellschaft und überlegt sich, wofür es denn steht. Außerdem geht es ganz stark um die aufkommenden und stärker werdenden Bolschewiki. Außerdem gibt es noch eine Figur mit dem herrlichen Namen Lumpikov Polygraf Polygrafovic. Diese Figur will ich jetzt gar nicht näher erläutern, denn das wäre schon ein harter Spoiler. Sie steht auf jeden Fall in deutlichem Kontrast zu den beiden Arztfiguren. Es ergibt sich dann in diesem Arrangement aus auch hier widerstreitenden Interessen, die die Personen halt so haben. Ein ziemlich lustiges, wuselndes Bild in der Wohnung. Es ist ein Buch, das sich als Einleitung in Meister Margarita eignet oder auch vielleicht als Ausklang, wenn man das gelesen hat, nach Meister Margarita, dann aber so erstaunt ist und man sich denkt, wie man jetzt weiterleben kann, ohne Burger-Kopf, dann ist das sündische Herz die Rettung. Das war es von mir, das war jetzt die erste Hälfte meines Juli. Ich hoffe, die Rezensionen haben euch gefallen. Ich hoffe, es war was für euch dabei. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Habt viel Spaß bei eurer Lektüre. Wir sehen uns wieder. Baba!